Meine lieben Überlebenden, da sind wir wieder zurück mit The Walking Dead und Michons Geschichte und wir sind hier immer noch ein bisschen in Gefahr. Und wir versuchen das mal zu entschärfen hier. Achtung! Jawohl! Zack! Oh! Oh! Oh ho ho ho! Boah! Das war übel! Oh, 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 oh. Da müssen wir jetzt helfen. Randall, die alte Drecksau. Oh, Michonne ist sauer. Oh, 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 oh. Oh. Aua. Pong. Ah, lass mich los. Du Mist-Sack. Jawohl. Und nochmal. Ja, gute Idee. Erstmal so provisorisch. Provisorisch fesseln. Am Schraubstock. Eieieieieieieieie. Ja, ausgekugelt. So, lieber Randall. Was machen wir denn mit dir? Oh, wir drehen nochmal ein bisschen. Der kratscht schon zu viel. Ah ja, ist ein Funkgerät. Äh, weiß Norma, dass wir hier sind. Äh, weiß Norma, dass wir hier sind. If you don't check in, I'm sending everyone in that direction. Shit. She sounds pissed. Randall, pick up, goddammit. You gonna answer? Talk to her, Michonne. Äh. Don't make the same mistake again. Where the hell are you? Randall, you heard her? Randall needs to check in. You know, this feels mighty familiar. Except you're there. And I'm here. Pass auf, was du sagst. Say something stupid and you'll regret it. You sound just like my daddy. He's a mean son of a bitch. His belt was even meaner. So I learned not to cross his path twice. I'll play along. Hey, Norma. Randall, are you all right? Yeah, I'm all right. I thought something had happened. Where the hell have you been? Lost. Yeah, just, uh, got turned around in the trees. Till we found a trail. Walker parts that led us straight to Michonne. She's in a house, southwest of the tower. Little slow, Michonne. Little slow. Mmh. I can't believe you let me keep talking. Almost got my whole life story out. Ugh! Michonne? Pick up the radio. Now. Oh shit. Norma storming now. Yeah. Go on. Throw some Hörs at her. Mal sehen, was sie will. I'm not fucking around here, kid. Pick up the goddamn radio. Lass uns reden. Let's talk through this, Norma. We can figure it out. You want to kill several of my people, so we're not starting off on a good foot. I only want to know one thing. Did you hurt him? If you so much has breathed on my brother, I'll find you and make what happened on the ferry, it looks like a goddamn picnic. Nick, he's fine. I haven't touched him. I haven't touched him. Haha. Be reasonable, Michonne. That's all I ask. Well, we'll be there soon. You know, this alone time, you and me together, it's been real nice. But that all ends when my sister gets here. I'm gonna take that wrench and break your skull. Then Sam's and yours. Hm. Ja. Du wirst niemanden verletzen. Boah, was für ein... Ich konnte ihn nicht aufhalten. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Er wird bald sterben. Ah, das glaube ich nicht. Oder wir jagen Norma. Ja, das würde ich gerne tun. Komm endlich zur Sache. Das ist die Welt, die Kinder sterben, Michele. Oder sterben. Oder in der Valken Purgatur. Oh. Ruhe jetzt. Jetzt nicht anders verdienen. Oh. Äh. Alter. Junge, Junge, Junge. Aber. Oh, wir sind schon durch mit der Folge. Gut. Machen wir gleich direkt weiter. Ja. Oh. Oh, das ist ja. Oh. 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 würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was noch so schönes passiert. Ich skippe mal eben durch. So. Und dann start mal mit der letzten Folge von Michons Geschichte. Und dann start mal mit Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Norma hat mich nicht gedacht, aber sie hat mich verlassen. Michonne, was ist das? Jawohl, und weiter geht's. Oh, wieder die beiden Kiddies. Ah, okay, zwei Wochen früher, alles klar. Da war noch alles in Ordnung auf dem Schiff. Ich würde jetzt wirklich hinterher springen? Oh, Kaffee ist gut. Ah, okay. Oh, okay, du kannst es nicht so heiß, wenn mehr als halb ist Whisky. Du bist so wie meine Ex-Winne. Sie war eher eine Rum-Gurl. Hey, City, hörst du das über die Kitten die Beine genommen haben? Ja, sie haben Spaß. Wir sind nur eine Crew. Ja, sie wachsen mir auch ans Herz. Ja, sie werden auch auf mich. Wie schön, dass die Leute immer wieder aufhören können. Es ist eine gute Linie zwischen der Korte-Jester und der Idiot-Jester. Oha! Wieso hast du dir die Mühe gemacht? Warum gehst du nach ihr? Ja. Es ist schön, dass es Menschen wie Pete gibt. Ja. Ich bin immer noch nicht zufrieden, aber ich bin froh, dass Leute wie ihn noch immer existieren. Ich werde das. Ja. Ich denke, Berto's little routine is winding down so we can finally play cards. Mhm. Klar. Ja. Ja, hat schon was idyllisches, ne? Mit dem Mond im Hintergrund. Ja. 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 Es ist tot. Ich sollte dich stoppen. Aber wie können wir das tun? Ja. Der Mann wurde zerbaut. Das Schiff der Mann wurde einschränkt. Und schrecklich. Er hat bekommen was er verdient hat. Du bist kein Killer. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Du bist schön. Du bist schön. Du denkst, du hast die Hand. Aber deine Glück hat sich verändert. Michonne und Sadiq. Sie haben die resten der Crew, auch. Oak und Berto. Whatever das B**** fragt, nicht! Sadiq! Keine Angst. Sie sind alle in guten Hand hier. Aber sie bleiben in diesem Weg ist auf dich. Also, hör auf dich. Ich bin bereit, meine Bruder für deine Freunde. Aber alles, was du an Randall machst, werde ich an sie machen. Verstehst du das? Äh... Okay. Das ist nicht gut. Ich habe ihn nicht angerührt. Ich habe ihn nicht angerührt. Du bist bereit für uns. Gut. Jetzt Fallen bauen. Alles verbarrikadieren. Und hoffen, dass wir sie überleben. Eieieiei. Aber die wird nicht tauschen. Auf gar keinen Fall. Was? 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 To the end Why did love, why did love put a gun in my hand Why did love, why did love put a gun in my hand Was wir verdienen, Folge 3 Immerhin kann er gehen, ja Hoffentlich klappt das Ja, Sam ist ein bisschen angefressen Wo würden wir hingehen Sam kommt zurück Na Das ist auch übel Was machst du da Autsch Ja, aber wir können doch helfen, Sam Mensch Ich verstehe Ich verstehe, du solltest du mit deinem Mutter Aber wir können nicht auf das jetzt Wir müssen bereit sein, um zu gehen I'm not going What? Sam, you can't still be thinking My mom is here, Paige Everything I have of her And Greg If you want to leave, go ahead But I'm not coming with you Böse, 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 böse This house meant everything to my dad It's all I have left Was ist mit Norma So what happens when Norma comes We fight With everything we have No matter what happens Thank you I owe you my life Sorry, it took me so long to say it Komm, ich helf dir Okay Okay Alles klar Na, kleiner Mann Was machst du denn, du, da? Sei vorsichtig Tja Dann müssen wir die jetzt, äh, erstmal laden, die Magazine Ja, klar Es ist okay, Angst zu haben. Ich bin nicht Angst. Der Typ, der das getan hat, hat meinen Vater zu töten. Er hat eine... Ich meine... Die Dinge, die er gesagt hat... Wie er über den Vater riecht... Er ist tot. Randall ist tot, James. Ich habe ihn töten. Ich habe ihn mit ihm gehört. Es gibt mehr Menschen in die Haus. Sam ist tot. Wenn... Wenn sie... Sie können sie auch nicht. Sie müssen sie verletzen. Sam braucht dich jetzt. Gebt Sam diese Waffe. Norm ist auf der Weg. Things could go wrong in a hurry. Ja. Oh. Ja. Oh. Okay. Sorge dafür, dass Pete und Paige bewaffnet sind. Ich muss erstmal wissen, wo die sind. Gehen wir nach oben. Mal gucken, ob da jemand ist. Ist das... Musik? Oh yeah. Wie aus einem schlechten Horrorfilm. Hier drüben. Hier. 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 Und weg sind sie. Kann ich in kommen? Das ist aber schöne Musik. Das sieht aber sehr stabil aus. Es tut das. Ich veröte dich schön und sicher für lange lange Zeit. Es ist gut. Es muss bitch. Es muss. Weil von ihnen.. Ich weiß, wie diese Monster in diesem Ort sind. Wundigo. Frau hat mir gesagt, sie darüber. Es ist was passiert, wenn jemand jemandenutaherlich. Oh? Ich habe nicht gehört davon. Die Leute schraue dich? Sie schrauben dich? Jeder hat mal Angst. Er kann jetzt nicht zu dir kommen. Ich wünschte, es könnte wieder so sein. Ich wünsche mir, es könnte wieder zurück. Ich wünsche es immer. Wenn Greg... Wenn er... ...dann er einer von ihnen... ... ist das, was passiert. Dich will sie nicht mehr sagen. Wir müssen einfach weitergehen. Das ist alles, was wir müssen machen. Das ist alles, was wir tun. Das ist das, was passiert mit mir? Am I gonna die and change into one, too? Nein. Not for a very, very long time. Thanks. Two and three checked in. Coming up on the road now. Hey, keep the chatter to a minimum. Our friends are listening. Thanks for letting me see your fortress. Okay. Gut. Dann wollen wir mal weiter suchen. Das war da. Da. Okay. Die sind wahrscheinlich... ... 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 Bitteschön. ... ... Okay, und jetzt wissen wir noch Pete finden. Wo ist Pete? Der alte Halunke. Ist der unten? Oder hier? Ich weiß es gerade nicht. Also, Lass uns mal gucken. Ne, hier ist niemand. Okay. Boah, die Steuerung ist hier in dem Haus ein bisschen eklig. Hier ist auch niemand. Oh, hier, Schubladen. Bisschen schnüffeln. Abschiedsbrief wahrscheinlich, ne? Naja... Ja, komm. Wir lesen weiter. Ich weiß, dass das nicht hilft oder nichts zu erklären, aber es ist wahr. Ich kann nicht aufhören, dass du dich und die Kinder soffern, wissen, was zu mir passiert wird und was ich dann bekomme. Besser, dass du dir diese Schmerzen schrauben. Uh. Ich liebe dich mehr als alles. Sophie. Gut. Wahrscheinlich sollten wir das nicht lesen. Ähm. Aber, okay. Okay. Hier waren wir gerade, ne? Ja. Da ist Paige. Wir müssen aber zu Pete. Wo ist Pete? Pete, Pete, Pete. Wo bist du? Hm. Hm. Mal eben gucken. Da. Waffe geben. Hier, Pete. Danke. Gibt ihr nicht die Schuld. Gibt es nicht die Schmerzen? Nein. Ich sollte es aufhören. Ich denke, nach all dieser Zeit, nach allem, was wir tun, um zu überleben, Menschen wollen, dass sie uns helfen können. Aber nein. Sie sind nur die Schmerzen, die es ist, und die jemanden, die in ihren Weg zu entfernen. Ich weiß, warum ich gar nicht mehr versuche, um zu helfen. Es ist nicht... Es ist nicht wert. Du klingst wie ich. Wir kämpfen. Ich vertraue dir. Oh, wir schauen. Das ist nicht gut. Achso. Wandschrank. Okay. 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 Oh. Oh. Sam? You okay? Greg and Dad? I just... I don't really know what to say. Where am I supposed to start? Vielleicht eine Schweigeminute. Maybe you don't need to say anything. It's okay to just... be here together. I'll give you a moment. Hey! You okay? Michonne? Ich denke an meine Kinder. Just thinking about my kids. I keep seeing them. Hang in there. We'll be back out on the water soon. Na, das hoffen wir doch. You know, I envy them a little. They've managed to hold on to something we all lost a long time ago. Something like normal. I don't know how to describe it. Normal existiert nicht mehr. Just a little bit. Whatever normal is, it doesn't exist anymore. No matter how much you want it to. Hey. It's gonna be tough leading this place. I just wish Sam would go too. Oh oh. Ich werde euch beschützen, ja. Okay. Everything will be fine. Stay together. No matter what. We will. Okay. Here. Jawohl. Nicht daneben schießen. You better not miss. I hope I don't. If anything goes wrong, I need you to take care of James and Alex. Don't talk like that. Paige, please. Sam, you know, I'll... Oh oh. Sie sind schon da. Grab Randall and meet us outside. Gut. Haltet die Augen offen. Stay alert and be ready for anything. We don't know what Norm is planning. You got it. Ok. Yes. We are now. ... We're now doing fine. Don't talk about it. We're now doing fine. So that's all. We're going to be good. We're going to be good. Let's see. We're going to be good. We're going to be good. wenn ihr dann auch wieder dabei seid und mit mir gemeinsam oder mit mir und mich schon gemeinsam dann das Finale erlebt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim selber zocken, bedanke mich fürs Einschalten und wünsche euch einen zauberhaften Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö, mit Ö.